Okay, Ressortleiterin Julia Liebing kann nur noch die Augen verdrehen, wenn sie die Namen Iris, Peter und Yvonne hört und findet, alle Affären Beteiligten machen sich absolut lächerlich. Peter Klein Co. Das Drama nimmt einfach kein Ende. Es ist ein ewiges Hin und Her. Noch während der Dreharbeiten zum Dschungelcamp im Januar warf Iris Klein, 55, ihrem noch Ehemann Peter, 56, eine Affäre mit Yvonne Wölke, 41, kannte diese Frau bis dato überhaupt irgendjemand? Vor. Doch der Stiefvater von Daniela Katzenberger, 36, und die Blondine stritten alles ab, Iris zog trotzdem schon mal aus der gemeinsamen Malle-Villa aus. Es tauchten Kuschelfotos von Yvonne und Peter auf. Dann wollte Iris ihn zurück, dann doch nicht, dann doch wieder, dann. Eine Farce, die einfach kein Ende zu finden scheint. Zwischenzeitlich gab Peter sogar zu, dass sein Herz beim Gedanken an Yvonne höher schlägt. Und er schwebt schon seit über einem Jahr auf Wölke 7. Seine Auserwählte hält sich allerdings, abgesehen von Liebesdementis, mit ihren Aussagen zurück. Doch Bilder sagen bekanntlich mehr als 1.000 Worte. So wurden die beiden angeblichen Nicht-Turteltauben kürzlich mehrfach zusammengesehen, in einem Berliner Baumarkt, am Berliner Hauptbahnhof, und in Hamburg, wo sie mutmaßlich Peters 56. Geburtstag zusammen feierten. Wie Bild jetzt herausgefunden haben will, sollen sie sogar schon ihre Hochzeit planen. Wie es jetzt weitergehen könnte. Warum stehen Peter und Yvonne nicht einfach zu ihrer Beziehung? Würden sie etwa hohe Vertragsstrafen riskieren, wenn sie jetzt zugeben würden, ein Paar zu sein? Denn, wie sollte es anders sein? Die TV-Sternchen drehen angeblich gemeinsam für eine Renovierungs-Doku. Vorstellbar, dass sie im Rahmen dieses TV-Projekts ganz exklusiv ihre Beziehung bekannt geben, und sich gleich ihren großen Traum vom wunderschönen Liebesnest erfüllen würden. Weitere mögliche Storyline. Yvonne erzählt, wie es Peter schlussendlich doch noch geschafft hat, ihr Herz zu erobern, und wie schwer Iris ihnen das Leben gemacht hat. Und, tada, Deutschlands neues Top-Vip-Paar ist geboren, und kann fortan durch weitere Reality-Shows tingeln. Ein toller, absolut undurchschaubarer und unvorhersehbarer Plan, oder? Es ist mir absolut unbegreiflich, dass sich weder Peter noch Yvonne oder Iris im Klaren darüber zu sein scheinen, wie peinlich dieses Theaterstück in inzwischen 63.363 Akten eigentlich ist. Dummerweise bin ich mir ziemlich sicher, dass die kleinste Horror-Picture-Show damit noch nicht auserzählt ist. Hat das Drama nach der Scheidung von Iris Peter Klein endlich ein Ende? Irgendwo in den Untiefen von Social Media wartet bestimmt Iris schon sehnsüchtig darauf, im passenden Moment noch einmal die große Bühne zu betreten. Und diesmal bleibt es möglicherweise nicht nur beim Lippenaufspritzen aus Liebesfrust, wozu ihre Follower sie begleiten durften. Ich erwarte erneute Schimpftiraden eller ich ebne denen doch nicht den Weg, indem ich mich scheiden lasse. Denn die Pfälzerin soll bereits kurz nach dem Dschungel die Scheidung eingereicht, dann aber ganz schnell zurückgezogen haben, als sie von finanziellen Verpflichtungen erfuhr, die damit einhergehen. Nun soll sie darauf warten, dass Peter weitere Schritte einleitet. Der muss aber vielleicht noch auf seine Gage aus Peter Yvonne, eine Renovierungs-Love-Story warten, um das in Angriff zu nehmen. Ich hoffe wirklich, dass das dann das grande Finale sein wird, an Peinlichkeit ist das alles schließlich nicht mehr zu toppen. Ich hoffe wirklich, dass das alles schließlich nicht mehr zu tun ist.